Do you remember the 21st night of September? Ich kann das Lied Action nicht. Somebody wants to be the world. Der Skarner rollt mich. Wir sind hier bei Hey MyHankraft Wolf. Wir starten das Spiel jetzt. So, so, zack, wer auch immer jetzt der Kratz. Die Waffe in der Hand hatte, hat gehängt. Ich bin ein Avenger und meine Maus spackt schon wieder. Ich bin Jodler. Ich bin Thanos Modus. Ja, denn ich bin ja nicht der Infinity Schreck. Wir spielen heute eine Rolle. Jörn, hör auf, Jörn, hör auf. Jörn, hör auf, Jörn. Ja, mal kurz dachte ich war Wolf, weil ich hab, aus dem ja durch Avatar zu vernichten blickt. Ich hab nen Helm. Ey, Avatar. Der lange haut mich. Der lange haut mich. Der lange haut mich. Weil du nen Bart hast, der macht mir Angst. Ronya hat den etwas weiblicheren Schreck-Skin, den ich eingepackt habe. Mir werden die Skin-Skin nicht angezeigt. Ronya, wo bist du denn, die deinen wunderbaren Skin zeigen? Ey, nee. Ronya, wo bist du denn, komm mal her. Oh, mit dem Schlafzimmer. Oh, mit dem Schlafzimmer, ey. Wo ist das Schlafzimmer, hä? Hinter den, äh. Oh mein Gott. Hat eigentlich, hat eigentlich irgendwer von euch schon mal, äh, Strap rund oben gemacht? Das Schlafzimmer? Ah, okay. Ich hab grad, ich hab mich grad irgendwo reingepackt, wo man eigentlich nicht hin sollt. Äh, okay. Ich geh jetzt ganz runter. Warte, 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 warte. Du hast gar nicht im Schlafzimmer. Ich bin jetzt nicht mehr im Schlafzimmer, ich bin jetzt im Schlafzimmer. Äh, Eisen Röstung. Jetzt hab ich meine erste. Jemand hat mir mal gesagt, dass die Welt mich rollen wird. Um, buddy once erzählte mir die Welt, das gar nicht hier. Anja hat ein Slime-Fett okay. 안녕, Warte, braun, hast du mich? Ich dreh dich mal um, dreh dich mal um. kann man sehen und er hat sich eingekackt und er hat auch einen ordentlichen bad gekriegt weil er sich heute nicht passiert hat deswegen das geschieht ihr recht mein freund ich belebe dich wieder aber du musst mir helfen hier rauszukommen ich mache jetzt bis ich stelle okay ich habe vier herzen ronne ist ganz vorne oder ja doch ganz vorne ich weiß er hat vielleicht ein bisschen von ein paar tonnen zu viel er braucht jemand darf ich habe ja ist Nö, alma reda, Ronja 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 Sehr gut! Nein bekehrste ab! Ronja Rallo Ronjafay! pile, die Bolsonaro... oh mein G tenha OAAAAAAAAAYbility I have dared in Pokémon ini bli na Thanos koç die Muskete Hauptsache weich dieses mir sagt ihr der Thanos er crashed eh nicht aber ich war kein Thanos Thanos die Dampflokomotive aber bist doch nicht gecrashed ja ich weiss auch nicht bei ob BTS das wahrscheinlich nicht aushalten ist oaow sicher Ton weiss ich nicht ich hab das Gefühle das es wirklich so ist das manche PC sehr verdient Oh, sein PC hat das Spiel doch neu Tops da Jetzt habe ich mich wieder connecten müssen weil eine doofe Melone meinte mich zu kicken Tobias hat zwei schon nur für Beta Beta, genau PIZZA Ist dir schon aufgefallen, dass übelst viele Eisenkisten bei der Dusche oben drauf sind, wenn ihr euch rumfattet? Wo ist die Dusche? Das ist ein richtiger Hospital Das weiß ich ja nicht Ich weiß schon wieder Das weiß ich oder nicht Ich habe jetzt schon 10 Emeralds Ich baue ein Ich baue ein Nein Ich habe jetzt Pfeil gekauft Wurde ein Ende Pfeil gekauft Nein Pfeil Ich hoffe es crasht jetzt nicht Es ist es Es ist es Es ist es Es ist es Brauchte Eisenrüstung Ich habe Eisenrüstung Uh Muss man den Wolf 2 Seine Holzschwerter zu einem guten Holzschwert fusen können Das ist Sehr belastisch Was ist ein gutes Holzschwert? Muss ja auch Glück haben Ich weiß nicht irgendwas was cooler ist als neun Holzschwert Ich mach Thanos Sucher Entweder Tobs oder Ronja ist es Ich bin's nicht Es ist Tobs 100% Na gut Sollschwert ist vielleicht ein Holzschwert mich kann also finischen Kennst du das? Ja Infinity Gauntlet Ja Flo Genau Ah gleich schnipste Ich habe Hunger Flo Wer ist das? Ich? Hallo? Ich hau mich nicht Schicker Bikini Ja Flo Flo sieht auch schick aus mit dem Bikini Also in real life Das stimmt auch Ich bin ja eigentlich ein russisches Model Jetzt hobs Ok Ja Hör auf Hör auf Hör auf Jürgen komm her Komm her Komm her Warte 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 Jürgen du musst Schau Guten Tag Guten Abend Ja Was können sie anbieten? Ich gebe ihnen alles was ich habe Ok Ich nicht Werd euch auslöschen Oh Das hört sich sehr gut an Sehr vielversprechend Ok Leute Ihr wollt es nicht Ok ich hab noch einen Termin Ok tschüss Tobs Du wirst mich niemals aufhalten 100% 17% Denkst du Jürgen Das denkst auch nur du Ich hab keine Ahnung was der Hälfte von dem Zeug ist Egal was du machst Du darfst nicht Wunderland Rustem anziehen Es gibt keine Wunderland Rustem Ich hab keine Das ist gut Ich hab da außen verschiedene Sachen Ich glaube das ist Tobs Weil Ronja ist gestorben Ja sicher Ich hab gleich genug Gold Dann kriege ich meinen Bogen Ich muss gucken dass ich die ganzen Dings umste Steine zusammenkriege Die ganzen Steinchen Somit ich euch töten kann Ja Ist das in Ordnung wenn ich euch töte? Hm? Oh GG Wieder für den Pust rein geht nicht Weil ich die Ich hab ein Ama Hallo Pust Weil ich den Stein aktiviert habe Den Seelenstein Damit kann ich die Seelen von den Gefallenen Avengers einfangen Ich hab ein Amazon Schild Ich hab ein Amazon Schild Do you remember? Oh mein Gott was ist das für ein Oh mein Gott mein Kopf ist schwarz Er hat Ich hab kein Sextur mehr Ich hab kein Sextur mehr Das war schön Chessplay ist auch irgendwie schwarz Ah Geht was da drauf Tobs bist du Ich Ich bin hier Und überall Und irgendwo Tobs wenn du einen Termin vereinbaren willst Ich bin ein Sportarer Ja ich komm auch Ah ne ne ich meine nicht ich Ich meine äh Äh Norbert von Graf Hefsten Tobs Tobs geht mich Jürgen woher hast du die Waffen Das ist Das ist Cheaten Das ist Geheimtuch Tobs Toh ne ich hab gar nichts zu Norbert ich komme Ja Norbert Ich weiß nicht ob Norbert noch einen Termin hat Also du hast schon dein Termin abgebrochen Jürgen Muss ich ihn mal fragen Komm her Jetzt ruf sein Peter her Komm her Ja Das hast du für ein Schwert Du musst auch cheaten Das ist kein Cheat Das ist das normale Smaragdschwert Das du kriegen kannst Noch eine Minute Tobs Ich weiß nicht was Niemand cheatet hier eigentlich Ja Kann niemand cheaten Das ist ein fairer Deal Jürgen Pfff Wieso kann ich mich nicht Wieso Ich werd nicht geportet Wieso werd ich nicht geportet Wo sollst du denn hin geportet werden Ja Wie weiwe Hammer bormen Zeitschein O O decade Kann ich mir das noch leisten Ich hab gar nichts Ich hab 10 Emeralds bekommen vom Rundemizer Eine in der Paramount habe ich nicht Ich werde warte ich muss das schnell Ich muss das Schaffen Ich konnte das schaffen Ich lado mein zweites Wo bist du überhaupt Tobs Flo Tobs wo bist du Ja Oh mein Gott, äh, ich, ich bin hier, oh, ich hab mein Kacke, ich hab mein Schwert fallen lassen, ah, da ist es, zack, 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 das ist nochmal gefallen, ich bin der Sporthalle, wenn du mich killen willst, ich hab immer ein Holzschwert, und ein Dark Elf Helmet, aber der bringt mir nix, nein, Spiel ist vorbei, nein, ich wollte mir noch einen Zeitstein holen, ah, Kacke, ah, aber, es war trotzdem, es war trotzdem ein nicer Versuch, das war schon ein nicer, aber guter Versuch, oder, es gibt, ich meine, ne, ich bin schon wieder, ey, Mensch, ich bin vorweg, gut, aber, du musst so machen, du musst, du machst so machen, du musst diese Transformer-Geräusche machen, m, bum, 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 du hast den Wahnsinn. Das ist Dubstep gewesen, Floor. Das ist nicht Dstopstep, das ist, wenn du im Begrenzerbereich rein gegangen bist, wenn du rein... T host kennen sie nicht aus. Kenne ich mich nicht aus. Ja aber du kannst flürst nach, du pleb. Es ist lustig, weil es wahr ist, to aqui. Guck, sogar Ronja versteht's. Die hat auch mit ihrem Subaru damals Tokyo Drift gemacht im Begrenzterbereich. Tokyo Drift. Darmstadt Drift. Ronja, warum ist da oben überhaupt ein Ziegelsteinhaus? Ich weiß es nicht, was du gebaut hast. Das ist eine Lüge. Alter, da sind sogar Chests drinnen. Ich rolle jetzt ein schönes Weapon-Keyes erst mal. Hä? Wirklich? Vielleicht hab ich es so lange nicht im All gespielt, dass ich niemand weiß. Ey, warum wird das? Schau mal, nimm mal Jörn. Na toll. Oh, hier ist Jörn, Jörn. Wo bist du, Flo? Hallo. Ich bagge. Was bagst du denn? Bagst du denn ordentlich einen Kuchen? Ha, Kuchen. Nö. Ich verdächtige den kleinen Grünen mit dem Handschuh. Ey! Ronja, 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 Ronja. Ich verdächtige den Grünen. Den kleinen Grünen mit keinem Topf. Ist nichts, was für alle Grün sind. Ja, das ist mein Hauptbild, das ist wirklich! Hä, wer ist denn jetzt tot? Wer ist Brot? Äh, es ist der Kuchen. Ich würde mal sagen, wir treffen uns beim Zielschnauss. Guck her, boh. Und jeder, der nicht, ähm, Dings, dem Bund der heiligen Melonen beigetreten ist, der wird getötet. Oh, oh. Ey, warum bin ich jetzt geslout? Hä, warst du das? Ja. Ja. Hauptsache Ronja, mich eben angegriffen. Oh mein Gott. Er hat mich außerdem in dieser Zeit gemutet. Hä? Lull. Hä? Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Hast du... Hast du Flo grad gekillt? Er hat irgendwas gemacht und dann... Boom, tot. One hit. Ich hab nichts gemacht. Ja. Hä? Ist auch vor mir gestorben. Ja, äh... Ist Flo jetzt hier gestorben? Ja. Aber Ronja hat mich angegriffen. Flo schreibt mir, ich hab isst mich gegessen. Ah ja, okay. Okay, gut. Dann... Aber kann es sein, dass Ronja noch am Leben ist? Hä? Weil hätt ich eben... Ich hätte... Ich hätte ein Wolfs... Ich hätte hier... Dings am Star. Ja, aber das geht auch, wenn die tot sind. Hä? Das geht auch, wenn die tot sind. Es nimmt ein random... Äh... Es nimmt den Thanos... Nee, du wirst ja weg-teleportiert. Wenn der Thanos oder Wolf in der Nähe ist, wirst du ja weg-teleportiert. Deswegen, ich wollte ihn weg-teleportiert. Stimmt. Hat mich so aufgeregt, hat mich gemütet. Das heißt, Ronja... Wird ja wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit gemütet sein... Äh... Und lacht sich so wahrscheinlich grad checkig. Hä? Ja, Ronja... Ronja... Ist nur am Leben. Wirklich cool ist hier am Leben, Tops. Verdammt. Wirklich cool ist hier am Leben. Wirklich cool, Tops. Ja. Ähm... Guter Versuch. Ähm... Wo bist du, Tops? Ja, ich würd sagen... Ähm... Johann, das geht dich gar nichts an. Also, was meine Sachen... Äh... Okay, dann camp ich. Ähm... Dann dort camp ich, so wie in Rust. Boah, camp ich. Boah, camp ich. Rust. 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 Was? Warte mal. Was ist eine Mikrowelle? Eine Welle, Mikro... Mikro... Mikrofonwelle. Hä? Loll. Mikrofonwelle. Ich glaub ich jetzt... Ich glaub ich drück jetzt grad richtig direkt. Dicken Damage! Dieren steigen. Aber das bringt mir auch nicht, weißt du? Ich glaub damit kann ich dann nur verhindern, dass jemand wieder überlebt wird. Wie Minuten haben wir noch? Äh, sieben. Hä? Nein, wir haben sieben Minuten. Ne, aber ich den Zeichern aktiviert, aber ist das nicht toll. Ist das nicht toll, Jörn? Hallo? Aber... Wir haben jetzt eigentlich... Flo ist ja eigentlich jetzt tot, gell? Ja. Ich frage jetzt, wo ist Norbert? Tops. Ich... Weiß nicht, wer ist Norbert? Sollte man Norbert kennen? Äh... Wenn du im Bündnis der Melonen bist, dann äh... solltest du eigentlich wissen. Okay. Oder bist du im Bündnis überhaupt drinnen? Äh... Ne, grad nicht, aber wie ist denn so die... Mitgliedsvorteilhaft? Äh... Vorteilhaft? Schafft? Schafft Teilhaft? Ähm... Ja, du musst einfach... Ja. Ähm... Tops. Ja. Ähm... Achso, ich kann nicht raus, okay. Ähm... Tops. Gyan. Ähm... Leu... Äh... AHHHHH! Ich bin Tavolikiert. Und ich bin Stark. Nein, okay. Äh... Äh... Tops. Ja? Ich bin Stark und bin am Realitäts... äh... Realitätsstand. Was ist mit Ronja? Die wurde doch wiederbelebt, oder? Eigentlich schon. Ich bin oben. Ich kann mich nicht bewegen, weil ich sonst falle und sterbe. Ich auch. Cool. Ich hab keine... Ich hab keine Sache mehr. Glover Wolf Tops. Niemand mag dich. Hahahaha. 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 Bring jetzt. Morning! Ist er lebt! Somebody wants to be... Ah... 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 Das ist mein Freund der Sonne. Ja, Ronja? Ich... Ich hab drei Gold, Elfsmarkte und ein Holzschwert. Mehr hab ich nicht dankenschein. Ein, zwei Problemchen. Weil ich hier unbeschadet runtergeklettert bin. Okay. Ronja? Warum? Naja... Die Chance ist, dass das passiert ist immer noch nicht 100%. Aber... Ja, ist in Ordnung Ronja. Ist in Ordnung. Umsteht der Hashtag Tops stinkt 10 Meter gegen den Wind. Dobbs, ich glaub das... Alter, das ist ne Lüge. Das sagt die Wahrheit aus, Dobbs. Ist das ne Lüge? Na, hast du schon ein gutes Schwert? Äh... Ich hab ein Holzschwert, weil ich mit meinem Tag... Ich kann dir eins geben. Warte mal, bist du noch? Voller Schule. Aber wenn man eigentlich mit den Infinity Steinen in die Vergangenheit reisen könnte... Warte, ich komm. Und dann alle noch am Leben. Kann man sich jetzt einfach in die Vergangenheit reisen und sich immer mehr Infinity Steine holen? Wie sie ist meine? Ja. Ich meine, so sozusagen dann immer... So, komm auf die Schule, ich werf dir eins hin, ja. Somebody won't stop me that Tops stinkts very hard. Björn. Warte, Björn, welcher bist du? Äh, ich bin neulich da, ich bin am Dach. Das ist Tops. Ah, okay. Bin jetzt vor der Schule. Äh, hier. Äh... Ähm... Nice. Ja. Tops war hier hinten drin, hab ich gesehen. Wo war ich drinnen? Hä? Wo war ich hinten drin? Ronja? In der Schule. Im Auto. Ich mach jetzt Thanos Suche. Entweder... Warte, was? Es ist... Es ist Tops. Hä? Nein, ich bin's weder. Chaos oder Ronja? Warte, was? Hä? Hä? Aber Flo ist tot und ich bin's nicht. Und ich war auch zwischendurch tot. Das ist einfach einer der Steine. Also... Ronja, der wurde wieder überleben. Ich mach das doch einfach einer der Steine. Ich bin... Ja, das war einer der Steine, aber du bist das. Hä? Aber warum soll ich das sein? Ich geh draus in Tops. Ich geh draus in Tops. Jeder weiß, dass du's bist. Äh, Ronja, warum soll ich das jetzt auf einmal wieder sein? Äh, weil du's bist. Äh, hast du Robies, Julian? Äh, ich hab fünf Robies. Alter, mein ganzes mental ist voll. Dann brauche ich nicht mehr viel, den kann ich Aragonen. Probine, aber wo bist du? Äh, oh Gott, oh Gott, calm. Drei Minuten noch, Tops, gell? Ja, Tops. Wie kann man sieben Minuten ablaufen lassen? Ist schon ein bisschen peinlich, oder? Ist schon ein bisschen... Ne, das ist eigentlich nicht taktisch, weil... Ich finde das auch ein bisschen peinlich, Julian. Das ist sehr peinlich, eigentlich. Als Thanos musst du schon lange gewonnen haben, eigentlich. Ja. Die ersten fünf Minuten schon, eigentlich. Brauchst du irgendwas? Nee? Nee, eigentlich nicht. Na, erste Rüstung wäre cool. Oh, warte, ich kann mir meine kaufen. Easy. Warte, ich kann dir Gold geben, wenn du willst. Ah, ich hab schon, ich hab schon. Okay, okay. Bitte sag mir, dass das... Ah, kacke, das kostet noch viel zu viel. Viel zu viel. Ja, das ist wirklich so. Wann ja, nein, das ist nicht... Wann ja, wenn du dich darüber lustig machst, weißt du... Deshalb betobst in die Kommentare TobenHagen schreiben. Hashtag TobenHagen. Nein, müsst ihr nicht. Ich find's mehr lustig, weil Tobst es einfach nicht schafft, uns in sieben Minuten zu finden und zu töten. Tobst, wo bist du denn? Weißt du, was ich finde? Aber du bist Steiner. Alle Steine. Ja, aber das Ding ist halt so, wenn ich dann alle Steine habe... Ja. Aber? Aber du musst erst mal alle Steine... Wo bist du denn? Ja, Ronja? Wo ist der Name-Tag? Ja. Baumsteiner. Geschenk. Wer für euch hat ja kein Geschenk geöffnet? Baumsteiner. Wir gleich haben ein Geschenk, okay? Okay. Okay, Leute! Oh Gott! Wer auch immer gerastet... Wow, was? Oh nein! Ich hab' gewonnen! Ich hab' geschnipst! Ich hab' gewonnen! Ich hab' geschnipst! Ich hab' gewonnen! Ich hab' geschnipst! Das war noch schwer, wenn du insgesamt 60 Rubies haben musst. Aber... Das war noch mal mega geil! Oh, der Runde! Flo, kannst du sagen, was du willst? Das war ne schöne Runde. Ich bin ein Avenger! Ich bin Thanos. Und ich bin super... Au! Ich hab' jetzt schon Fritz in Gold. Ich hab' quasi gewonnen. Sicher? Ey, als Tops auf die Welt kam, als Kind stand auch irgendwie direkt in seinem Gesicht. Du bist ein Avenger. Du's verloren! Du bist ein Schaf! Du hast verloren! Du bist ein Avenger! awanger ein awanger du bist eine wange wo ich aufs welt kommen bin stand du bist ein wolf ja weil man öfters im boden doch ganz klar nein nein es gibt eine echte rolle später dann die wird dann nur für dich gerollt das heißt du wirst immer so er kriegt immer aragon rüstung jede runde machen die ganze main-schlieder das l ll 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 schйplatte festgegangen bitte noch mal einlegen hier im الدach beim ich bin mein langer ich bin founder ich bin thander tamanho nicht zu mir Lagerfeuer. Wo ist ein Lagerfeuer? Oben im Mathe-Raum. Okay, es gibt, glaube ich, drei Mathe-Räume, oder? Ich komme trotzdem. Oben, oben. Okay, oben, oben. Und Siegelsteinhaus? Äh, ne, der Raum ist grün. Warte, äh, äh, und gleich bekomme ich eine Endepörle da. Oh, ist der aggressiver Tobias. Es werde eine Kuh. Oh nein. Oh, das wollte ich nicht, sorry. Ich bin fast tot. Du vollidiot. Oh mein Gott, ich bin wieder belebt worden. Jürgen ist es. Jürgen ist es. Jürgen ist es. Jürgen ist es. Du hast mich eingekriegt und dann habe ich zurück eingekriegt. Ach, ja. Moin, moin, Leute. Willkommen zu Newsflash. Jürgen war es, der, äh, der, äh, eine dicke Nase riskiert hat. Was meinst du? Hä, warum? Ja. Wie lassen wir eigentlich, äh, wie lassen wir einfach testen gehen, alle gemeinsam. Jürgen? Ha, nö. Ha, nö. 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 Omega Null. Nein. Omega Null. Omega Null. Omega Null. Monka S. Oh, so. Hörs. Eine Kiste, drei, drei Höchstwärter. Hallo. Hallo. Willst du mit? Ja, 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 ja. Ach, echt, Ronja. Ich dachte, du bist irgendwie mehr. Meinst du? Sorry. Meinst du Ronja? Denkst du wirklich? Aber Ronja, hast du Erfahrung mit TNT, Tos? Er hat doch niemand, der vorher das gesagt hat, oder? Tops, hast du Erfahrung mit TNT? Hä? Hast du Erfahrung mit TNT? Wie sollte ich Erfahrung mit TNT haben? Äh, ich hab da was für dich. Äh. Ah, Ronja, schreib mich an. Oh mein Gott, ich hab ein richtig geil Secret gefunden. Entweder ich geh. Lol, wo bist du? Komm mal raus. Ich bin raus. Hinter dir. Hast du die Sensor? Dann komm her. Ja, hab ich. Äh. Komm her. Flo, du teamst grad mit dem Thanos, ne? Scho, 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 komm her. Komm her, komm her. Scho, 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 komm her. Gibt das Tops? Ja. Rechts. Ich weiß nicht. Warum hast du es benutzt? Weißt du, was hat Flo gemacht? Ich hab ihm den Boommaster gegeben und hab gesagt, gibt das Tops. Der hat auch rechts geklickt. Wow. Hast du gut gemacht, so. Was ist das für ein Secret? Jörn, wo bist du? Jörn, wo bist du? Jörn, wo bist du? Ich geh gerade in das Secret. Was ist das für ein Secret denn? Nicht? Okay, ich. Okay, okay, okay. Was für ein Secret bist du denn? Ähm, Secret, Secret. Ähm, Secret, Secret, okay. Florian? Komm her, nach vorne, Tops. Tops, komm nach vorne. Ich werde dich für deine Dummheit rächen. Dass du Jörn vertraut hast, weil Jörn darf man nicht vertrauen, wenn er Thanos ist. Jörn kann man vielleicht vertrauen, wenn er Avenger ist, aber dann auch nur, äh, wenn er lieb ist. Ich geh jetzt, ich geh jetzt in den Tester. Jörn, jetzt, wo bist du? Komm. Wie willst du das zu Ende bringen? Wo ist der Tester zu? Der Tester? Perfieren! Meine Maus funktioniert nicht! Hast du das gerade gesehen? Ne. Meine Maus, meine Maus. Ah, ne. Wow. Naja, gut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einfach runter. Für mehr Avengersmodi. Ich weiß nicht, was ich finde. Ich finde es echt cool, dass man zum Beispiel einfach die Zeit verlängern kann, wenn man... Okay. Das finde ich störend. Okay. Das finde ich störend. Das finde ich störend. Okay. Lass auf jeden Fall den Daumen nach oben da. Schlaf schön dreimal schönes Gute Nacht. Tschüss! Ah, ich gewinn! Ciao. Let's go! Sackniack! Schlaf schönes Gute Nacht! Ich belongings am 190 g Sco- chickens! chunk de Universe! Schlaf schönes Gute Nacht! aprend 來 auf bei der Pufteidverbülinder said! Schlaf schönes Gute!